hau die volks und willkommen zurück zu coral island hier fest ich hab kein haustier das kochen gegritterfisch 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 Aaaa... ... ... ... ... Das muss mich doch löffnen... ... ... ... ... ... Oh Kontraus Kontraus Jaaahoo Das sieht so übel aus. Tschau. So, raus mit euch. Jetzt gehen wir zuerst zum Seetempel. Ich habe einen achtarmigen Seestern. Griner Seegel. Nein, Sonnenblumen-Seestern. Ich probiere noch die Dreck. Grosse Silbermilch. Ziegenmilch. Aber noch keine Ziegen. Gernotgen. Werdelsteinerarten, Aachen. Gritte. Smil. Wo ist denn das? Gegenstand spenden. Ich möchte nicht zur Schule gehen, wenn es so heiß ist. Alles fühlt sich so klebrig an. Karen hatte auch ein Zimmer im Gasthaus, ehe sie die Wohnung dort drüben angemietet hat. Es ist ein so schöner Tag heute, nicht wahr? Mama packt mir jeden Tag etwas zu essen ein, meistens kocht sie jede Menge Essen auf einmal. Dann gibt sie mir drei Tage lang dasselbe mit. Ich werde das nicht verletzen. Ich werde das nicht verletzen. ich war mit einer Wir haben so viele Melonen zuhause. Ich glaube, Millie hat das eventuell ein bisschen übertrieben. Mir fällt auf, dass die Leute sehr, sehr gerne fischen. Das finde ich super, denn ich glaube, es ist wirklich schwer abzuschalten. Du bist so nett, danke. Warum stehst du so knapp neben mir? Du rickst wie eine Farbe. Ich weiss nicht, wie lange meine Frisur bei dieser Hitze durchhält. Wenn du zum Strand gehst, könntest du Theo sagen, dass er nicht seinen ganzen Fang verkaufen und etwas davon mit nach Hause nehmen soll. Ja, wo ist Schwalbe, Schwalz? Das ist geschlossen. Das ist geschlossen. Hey Papa, hast du den alten Köder gesehen mit dem... Theo, ich habe gewartet, bis du herunterkommst. Es gibt da etwas, das ich teilen möchte. Theo. Oh, ist jemand hässig. Mit dir. Hast du noch ein paar von meinen Kopfhörern kaputt gemacht, Theo? Noch eins? Oh, äh, so ungefähr. Sie sind auf meinem Bett tropfnass. Ja, ich dachte mir, du hättest die wasserfeste Version. Wasserfest, du kannst ein wenig Wasser darauf verschütten, aber doch nicht damit tauchen gehen. Nun ja, Noah hat meine Show neulich in der Taverne aufgezeichnet und ich habe sie mir bei der Arbeit angehört. Mir ist versehentlich die Angel ins Wasser gefallen und ich bin sofort nachgesprungen. Ich hatte ganz vergessen, dass ich noch Kopfhörer trage. Bist du verrückt? Bist du verrückt? Papa, hast du nicht noch 16 weitere Paare in deinem Zimmer? Ich glaube kaum, dass das der Punkt ist. Natürlich ist es das nicht. Aber damit kommst du im Moment aus, oder? Ich habe Theo gerade gesagt, dass ich sehr aufregende Neuigkeiten habe. Aber ich... Moment mal, was? Du hast aufregende Neuigkeiten. Du hast nie aufregende Neuigkeiten. Du hast überhaupt nie Neuigkeiten. Genau, und darum drehen sich meine... Drehen sich meine Neuigkeiten, meine lieben Kinder. Ich habe entschieden, dass ich auf abgefallenen Gleisen unterwegs war. Du hast... Ja, ich bin 5 Jahre, 3 Monate und 10 Tage in einem Trott verfallen. Und jetzt ist es Zeit für eine Veränderung. Das ist wunderbar. Ja, Papa, das ist echt toll. Wunderbare Neuigkeiten. Hervorragend. Ich habe gehofft, das würde euch gefallen. Nun, pack aus. Was machst du als nächstes? Ich mache es bereits. Was? Oatly bites zum Frühstück essen? Du hast seit Anbeginn der Welt diese Cornflakes. Vielleicht ist das so. Aber heute esse ich sie mit Mandelmilch. Ah. Ein Leben hart am Abgrund. Den Stier bei den Hörnern packen. Nie wissen, was als nächstes passieren könnte. Gib Bescheid, wenn es dir ernst ist, okay? Juhu! Ja. Ah, ja. Hey, Lilly. Ja. Es ist gerade viel zu heiß für eine Decke in der Nacht. Ja. Lüvi. Grünsmobil. Vielen Dank. Danke. Ja. Das erfrischt dich. Wo ist dieser Haustier? Wo ist dieser Haustier? Nein. Gut. Wie besicht er etwas Basseter Tee? Oma, oma Das ist die Zeit, die Klicke sind Was ist hier allopieren? Ich weiß nicht, wo das stattfindet. Wolfsspinne. Vanillepalte. Inventar. 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 Hm. I don't know. I don't know. Inventar. 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 oh Vielen Dank. Vielen Dank. Machst du auch ein paar Erledigungen in der Stadt? Ich bin noch nicht so lange hier. Der Bürgermeister sollte jeden Moment da sein. Ich habe ihm versprochen, einen Blick auf die kaputten HLK-Anlage zu werfen. Hallo Joko, Hallöchen Rucola. Danke für das Treffen hier übrigens. Ich weiss, du bist schwer beschäftigt Joko. Das werde ich mich... Also werde ich mich kurz fassen. Ich habe keine Ahnung was passiert ist. Letzte Woche habe ich eine Beschwerde von Lea bekommen, weil die HLK-Anlage nicht funktioniert. Vielleicht ein Problem mit dem Kabel oder einer durchgebrannten Sicherung. Ich weiss nicht, was ich tun soll. Bitte stell mir deine Zeit in Rechnung Jok. Ich werde mich um Gend darum kümmern. Oh nein, das passt schon. Das kostet mich gar nichts. Bitte. Das ist das Wenigste, was ich für die Stadt tun kann. Nun ja, wenn du darauf bestehst, bei einer nächsten Bürgerversammlung werde ich es ganz bestimmt allen sagen. Schliesslich sollte eine gute Tat nie unerwähnt bleiben. Genug geplaudert, sollen wir uns an die Arbeit machen? Ich glaube, ich weiss eventuell, was da nicht stimmt. Bei der HLK-Anlage. Vor meinem Bruder war das vor ein paar Jahren auch so. Sehen wir uns zuerst mal das Elektroschattel an. Klar, es ist gleich da draussen, neben dem Recyclingzentrum, hier entlang. Hier ist es. Hm, sehen wir mal nach. Wow, wie ich es erwartet habe, Bürgermeister. Das sind ein paar durchgebrannte Sicherungen. Sieht nach einem Kurzschluss wegen eines, einiger alten Kabel aus. Das dauert vielleicht länger, als ich gedacht habe. Ah, das ist sehr bedauerlich. Die HLK-Anlage muss sobald wie möglich wieder funktionieren. Die Luft von dem vielen Regen... Die Luft ist von dem vielen Regen in letzter Zeit sehr feucht. Und das könnte die Bücher beschädigen. Rukla, könntest du mir zur Hand gehen? Mit deiner Hilfe ist diese Arbeit schnell erledigt. Klar, ich kann helfen. Teilen wir uns die Arbeit auf. Alles klar, ich bin dabei, Rukla. Du übernimmst die Seite und ich diese hier. Einige Minuten später. So, das sollte reichen. Ich sehe, du hast deine Seite ziemlich gut im Griff gehabt, Rukla. Seid ihr schon fertig? Toll, ich weiss, auf euch beide kann ich mich einfach immer verlassen. Grosses Dankeschön, Rukla. Für die Hilfe. Ich weiss, das wirklich zu schätzen. In Ordnung. Gehen wir zum Gemeindezentrum zurück und schalten die HLK-Anlage sofort wieder ein. Achts, dieses Ding. Was ist das Problem? Ich weiss nicht. Ich habe den Computer benutzt und er ist abgestürzt. Ich habe ihn neu gestartet, aber jetzt ist alles durcheinander. Ich kann es Milly nicht einfach sagen, denn obwohl ich in ihrer Abteilung arbeite, ist es mir technisch nicht erlaubt, bestimmte Dinge zu benutzen. Äh, ich weiss es nicht. Okay? Schau mich nicht so an. Tatsache ist, dass der Computer abgestürzt ist. Meine Güte. Was machen wir jetzt? Sag es Milly. Sie wird wissen, was zu tun ist. Keine gute Idee. Ich denke, ich werde versuchen, Lilly zu finden. Vielleicht kann sie helfen. Hoffen wir, dass Milly den Computer nicht benutzt, bis er repariert ist. Geri Kuhn sieht gut aus. Ich denke, ich werde versuchen, Lilly zu finden. und bläckig klick um sydoladoption von bläckig bläckig kommt morgen bei der andere Ich weiss nicht wo dieses Fest ist... Das ist eine große Garte... Ok Tierfest. Denk daran, das Tierfest findest du morgen ab 9 Uhr vor dem Gemeindezentrum. Sorge dafür, dass deine Tiere bereit sind für einen Freundschafts-Wettbewerb. 9 Uhr. Vor dem Gemeindezentrum. Heute ist es ja der 16. Shit. So, ja. Ist entweder am Stand, oder im Wald. Danke. Willkommen, Willkommen. Ja. Vielen Dank für das Geburtstagsgeschenk. Also, gestresst. Das war schon mit den Kühen gewesen. Ich habe von meinen Freunden gehört, dass dieser Jäger im Sommer torten geht. Wow, sieht das lecker aus. Dankeschön. Kokos müssen. Mein Job, bla bla. Im Wasser kann jemand in Sekundenbruch deinen Schwierigkeiten geraten. Ich hatte nicht mit dem Geschenk geraten. Leer Ignoriert. Oh, danke, Rucola, du bist solid. Vater hat mir das Surfen und Segeln beigebracht. Nun ja, nicht wirklich. Dafür war er selbst zu beschäftigt. Aber Vater hat immer auf Unterricht und Trainingslager gedrängt. Das ist fabelhaft. Danke, mein Schatz. Steine, oder? Er hat keine Kokosnüsse. Okay. . 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 Ah, da bist du. Dieser Wald hat für mich etwas Geheimnisvolles an sich. Zara, Dörrinsekten. Ist das ein Geburtstagsgeschenk? Ja, danke. Ich weiss den Gedanken zu schätzen. Komm schon, wo bleibt es? Ich bin gleich da, Kleiner. Ich habe die Leckerlis gefunden, Funbucket. Ich bin auf dem Weg. Rukla, ich habe nicht gewusst, dass du hier bist. Tut mir leid, aber der Laden ist bis auf Weiteres geschlossen. Was geht hier vor? Das ist Funbucket, mein Hausente. Er ist ein wenig angeschlagen. Ich komme, Kleiner. Los geht's, Kleiner. Diese Ente trägt einen Helm. Obst du nicht der Sender krank werden können? Na, wahrscheinlich habe ich nie. Die Sender trägt deinen Helm. Psst, nicht so laut. Ja, er trägt ihn gerne. Es ist sein kleiner, lustiger Fischerhut. Letztes Mal als Erkranker haben wir eine ganze Packung Taschentücher verbraucht. Und dieses getröte Quack. Siehst du, normalerweise kommt ein schönes, gesundes Quack aus ihm heraus. Aber alles, was ich heute gehört habe, sind diese traurigen Quacks. Ich denke, er hat schon wieder eine Erkältung. Ich hoffe, dieses Mal ist das nicht allzu schlimm. Ich habe ihn, seit er ein kleiner Junge ist, weisst du. Funbucket muss hier schon seit Jahren durch. Aber er ist ein tapferer, alter Vogel. Er wird schon durchstehen. Armer Kleiner, er hat den ganzen Tag auf seinen Lieblingsplatz in der Sonne gelegen. Er braucht nur ein wenig liebevolle Pflege und eine kleine Ruhepause. Dann ist er im Handumdrehen wieder auf den Patschefüßchen. Du wirst schon sehen. Quack. Inventar-mäßig sehen wir noch gut aus. Wie geschwagelt. Wie geschwagelt. Westpäer. Da schon. Kriegt da nix. Bewegt sich nicht. Ich gehe morgen vielleicht in den Wald um und hole mehr Holz. Vielen Dank, Rucola. Ja, bitteschön. Ähm, was ist denn los? Kann ich mir... Äh, hier. Nein. Ich kann doch keine Ziegen kaufen. Dann kommt ein Herz. Ein Kuh. Ein Schaf. Ein Schaf. Ein Schaf. Ein Schaf. Das habe ich jetzt auch noch nicht eruiert. Ein Schaf. 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 Ich glaube, ich habe keinen Platz mehr. Jawohl. In the summer. 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 In the summer.